Oha! Woopsie! Even had a feeling she had broken the moon and that somehow Mayor Royam wasn't too happy about that. Ja, was hast du da von der Ziebegrüben? Hm, feeling confirmed. Even, was hast du getan? At one moment Royam was a part of me. Wer hat die Konstruktion gesehen? Und in der nächsten... Er hat sich frei geblieben und fuhr auf der Moon. Es gibt keine Ahnung, was er jetzt kann, dass er frei von meiner Influenz ist. Ach, das war des Bürgermeisters Plan, dass er verbunden ist. Ähm... Und er hat immer noch diesen Unterthron. Und dann hat er versucht, mich umzuspielen. Das ist jetzt lustig an. Ähm, das hier finde ich etwas witziger. Wir haben eine Ziebegrüben, zwar ein Monsterstück. Wuuup! Wir haben doch Dicey... Äh, Bürgermeister würdest du uns bitte diese Vase geben? Oh, ich wünschte, ich könnte dir mehr erzählen. Aber ich weiß nichts. Ich bin mit Roy entfernt von mir. Alles könnte passieren. Äh, ich verstehe. Kann ich hier noch irgendwo eine Vase finden? Nein. Ich sehe keine. Okay, dann geht's weiter. Hier ist wieder Many Decks. Wir haben eine wahre Hand, oder? Nein, egal. Wir verraten sie in eine neue mit mir! Oh, guten Tag! Mhhhhh, mhhhhh, mhhhhh. Hallo! Gebt mir allen euer Kristall! Gebt mir eure Kristalle her, fort. So, ein Schwert bitte, wir haben sowieso nur einen 1 gewürfelt, okay, egal. Okay, ein schwerer Angriff wird bei dem sowieso nichts bringen, wenn er sein Schild vorne hat. Gut, er hilft nur warten und dann zuschlag. Na komm, schlag zu. Okay, ich brauche das Palle, definitiv. Ohne wird das nichts. Sind aber auch echt nervig, die kleinen Fliegefiecher hier. Haben die auch im Laden? So, volles Blatt. Was haben wir denn? Den Einerbo, äh, den, doch, Einerbogen aus 1 Felden. Das spielen wir sowieso aus. Ähm, das können wir auch noch einmal, dann haben wir nämlich 2 Karten frei. Nee, fuck. Woll, geh kaputt. So, wäre das erledigt. Okay, das Zielsystem ist etwas gewöhnungsbedürftig manchmal. 1-1, wer hätte es gedacht. Vollständig schützen, nehmen wir immer gerne mit. Dann noch, äh. Ja, komm, die Hand. Nee. Ah, ich bin so blöd. Ich bin wieder zu schnell gedrückt. Verdammt. Na ja, egal. Das war zu früh, komm. Oh, was ist denn jetzt los? Jetzt geht's wieder. Lützer. Komm, ich hab' mal gleich. Komm. Oh, der hält aber einiges aus. Hm? Na komm. Der Bogen ist auch sehr schnell. Alle, ich werfe nochmal. Den Einserbogen nehme ich gesehen. Nur ein Eins. Verdammt. Ich hätte vielleicht doch warten sollen. So. Komm her. Gib mir deine Kristalle. Ich brauche diese alle. Na komm schon. Das ist ganz schön auf sich warten. Volles Blatt. So. Oh, da hätten wir die Dreierbomber gehabt. Aber es sind halt immer die Dreier. Da kommen wir so naturell nicht hinten. Ohne die Erweiterung. Wir müssen wieder mit dem Schwert Vorlieb nehmen. So. So. Und du müsstest' Geschichte sein jetzt. Komm. So. trifft man denn echt nicht ohne muss man irgendwie treffen komm schon timing vielleicht ja okay mit ein bisschen timing geht's jawohl kommen dann noch mehr ja da unten kommen schon wieder gegner die hätte ich sowieso immer gerne wenn die verfügbar ist kartenwert erhöhen dann einmal ja ist nützlich ja warum nicht um die hand und diesmal nicht zu schnell drücken und die lassen wir spielen wir so und spielen ok so war ich dachte die geht hoch schwindet die einfach in der treppe her mit den kristallen komm schon komm da ist sie jetzt geht es aber ab hier hier haben wir mehr na komm ah schild äh schild werden es alle schild sag ich schwert schwert hand ja schwert und hand spielen so das nervigste ist schon mal erledigt so die kristalle alle sammeln komm da ist sie sammeln mal lass deiner sammlerwut reinlaufen alles platt wir werfen oh schade nur eine 1 gewürfelt aber dann würde ich doch glatt mal den bogen nehmen ja das war's ähm warum verzieht der bogen so viel muss ich dafür still halten ja dann geht's besser und der ist etwas größer deswegen hält er mehr aus ich verstehe ok der bogen war alle ah das sind die die dann auch anfangen zu rennen in ihrer rage bombe kann ich leider wieder nicht nutzen immer so umarmung jetzt hier noch eine karte ah sehr schön kartenwert verdoppeln also um eins erhöhen und die bombe die würde ich doch glatt hier platzieren und dann go for it ha 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 tack bam schwerts wieder gekocht ich schulde mir schon mal mein schwert ja das ist die einzige karte die ich spielen kann so und die müssten wir ja jetzt mit dem einen schwert noch kaputt kriegen oder? oder reicht das nicht? stopp ja explosiver würfel dicey verwandelt sich in eine tickende zeitbombe er explodiert nach neun sekunden keine sorge im gegensatz zu ihnen überlebt dicey die explosion ok die karte müssen wir auch probieren ich bin nicht gespannt tada gibt es hier vasen auf unseren nasen gibt es vasen na nichts mehr ok hier ist es ziemlich trostlos und da ist der kaputte mond oh das tut mir aber leid der arme rezime kryp ah komm rein mit dir dicey oder sehr schön hier geht es runter sonst gibt es nichts mehr jetzt dürfen wir gegen ihn kämpfen oder? oh weh Oh, hello there, Even, you little monster. Royam. You come here into a town full of strangers, and the first thing you do is destroy my beautiful moon. Oh, Even, you've made me very angry. Look, if you'll just give me the eyes, I'll... These eyes? You want me to give them to you? I'm not giving you anything, child. But you promised, when I gave you rhymes, you said I earned them, and... Oh, you have earned something. Take a deep breath, Even, because it's the last thing you'll ever take from anyone. That's what we'll see. Foolish little girl, you're going to lose, because I rhyme tight when I follow my... The... Personified force of creativity? No, Muse! I was gonna say, Muse! Nein, wouldst du nicht. Stopp robbing me of my rhymes, before I get to them. Only I may ride this lyrical flow, got it? Grrrr, Russia! Mein Name ist Even, das ist Dicey, und zusammen werden wir dich zerstören. Oh. Funktioniert das Ganze? Okay, hier sind die Kristalle. Lauf, Dicey. Ah, einfach rausweichen, okay. Einfach als gedacht. Ähm, ja, das Einserschwert. So, und los geht's. Oh. Da muss man schnell reagieren. Oh, das zieht sehr, sehr weniger. Aber, im Moment macht er nichts mehr. Der Rezime, grüb. Was ist los? Hab ich ihn kaputt gemacht? Ah, ne, es dauert nur ein wenig, okay. So, Dicey, sammel mal. Ups, in die falsche Richtung war es gemischt. Zime, grüb. Wir werden dich besiegen. So, Würfel. So, bekommen wir denn die Bombe? Nein. Schade. Okay, dann gibt's jetzt von uns einen High Five. Verziem grüb. Nimmt der auch da Schaden? Wir sehen's gleich. Hab ich jetzt nicht aufgepasst. Na, komm. Hol dir mal die Kristalle, da ist sie. Ich hoffe, die Leute denken, du bist zu schade, wenn sie herausfinden, dass du tot bist. Ähm. Was? Genau, schäme dich. Du blamierst dich, Rezime, grüb. Was haben wir denn da? Ich spürte Heilung. Ja, zuerst mal ein Kartenwert höher. Mehr Kristalle. Ja, würde ich auch nehmen. Dann würde ich nochmal eine Karte ziehen. Ja, dann einmal Heilung und einmal Sperrt. Okay, und dann war's das wieder. Wir rennen zu ihm hin und dann einmal aufladen und... Hier, komm. Oh, was ist denn jetzt los? Oh, nee. Oh, nee. Sterben. Der Reim, den du suchst, laut hört, sterben! Verdammt, das ist gut. Natürlich ist das gut. Das kommt von uns. Oha. Bleibt der jetzt da oben, macht nix mehr oder müssen wir uns jetzt um die Gegner und ihn kümmern? Gut, dass es ewig easy bleiben wird, ne? Das war ja zu erwarten. Okay, er macht aber nichts. So, wir hätten die Hand. Bitte gerne eure Kristalle. Vielen Dank. So, volles Blatt. Wir werfen. Ah, Bombe. Die kommt doch wie gerufen. Mehr können wir nicht tun. Und zack, go for it. So. Den hätten wir. Jetzt noch den Flagegeist hier. Und den werden wir wieder mit etwas Timing besiegen, wenn wir Glück haben. Oder auch nicht. Komm. Oha, das ist sehr schwer, das zu timen. Komm schon. So, jetzt aber. Ne? Okay, das Schwert ist wieder hinüber. Verdammt. So, das Schwert bitte. Und vielleicht machen wir es doch lieber. Na? Mit Kristallen. Dafür ist der Boom echt viel nützlicher. Muss man einfach so nehmen, wie es ist. Okay. Das dauert jetzt halt ein wenig. Komm. So, volles Blatt. Wir werfen. Ich hätte gerne den Bogen, bitte. Der ist nicht dabei. Schade. Also noch eine Karte. Ah, verdammt. Blasenschild, ja. Sowieso. Und dann mehr Kartenwert. Und das hier bringt sowieso nichts. Gibt immer ein Kristall mehr pro Gekehmer. Feind so. So, Heilung wäre nützlich, ja. Das trifft man einfach nicht. Oder so vielleicht. Ne. Ohne Bogen ist bei dem nichts zu machen. Seitdem man trifft ihn wieder gut. Ah, doch. Jetzt hat es kurz funktioniert. Warum? Ja, der Entwicklung schlagt. So, du hältst jetzt mal die Klappe. Und zwar, ja. Einer Bogen. Dann haben wir aber keine Heilung. Egal. Komm. Den Einser Bogen. Noch eine Karte. Ja, und Umarmung. Oh, wir können bis zu 10? Oh. Das wüsste ich nicht. Bis zu 10 Mal können wir uns schützen. Oh, das war so sehr knapp. 2 Mal vorbei. Okay. Jetzt greift er viel öfter an. Los, Dicey. Nimm dir die Kristalle. Komm. Los. Ah, was ein epischer Kampf. Los, wir werfen. So. Kartenwerte erhöhen. Das hier bringt nicht so viel bei dem, ne. Also. Verringern. Naja, bringt auch nichts. Wobei, doch. Aber kostet uns eins. Verdammt. Ich lerne es nicht. Okay. Wir haben ja. Wir prischen das Schwert auf. Komm schon, Rezim. Prüft. Oh, das ist mal ein langer Bosskampf. Komm her. So, da ist sie. Hol mal die harten Punkte. Oh, wieder sehr knapp. Hier sind noch Kristalle. Und hier ist auch wieder einer. Oh, diesmal war er aber schneller. So. Der Dreierhammer, der wäre schon cool. Der macht bestimmt viel mehr Schaden. Die Bombe. So. Zieh mit Grieb. Nimm das. Ich bin gespannt, was das an Schaden macht. Ah, es geht. Jetzt nicht die Welt, ne. Let's see, how you handle this one. Was denn? You thought you were a knight, but you were a knave. And I'm gonna send you to an early, early death hole. Wir sind keine Schufe. Wir sind eine Schufe. Hinten. Ich war da. Ich war da in einem Moment. Ja, ja, genau. So, wie der Gegner? Das wäre die Chance, unser Leben auszufüllen. Sammeln mal die Punkte ein, Dicey. So, warum transkurierst du jetzt auf einmal rum? Mit deinem Gewehr. Danke für die Hilfe. So, ich hätte gerne Heilung. Ähm. So. Für den Kampf gleich. Dann eine Umarmung. Und mehr Kristallwert. Jawohl. Oh. Verdammt. Das hat nicht mehr funktioniert. Wer damit. Kartenwert ist immer gut. So, wir werfen. Hier gibt es nämlich nochmal Heilung. So. Und wieder raus. Und da haben wir doch schon fast wieder die Lebensleiste voll. Ups. Okay, die Umarmung ist weg. Mehr. Ja. Ja. Gepärde. Gepärde Kristalle. Unser Schwert ist alle. Wir wurden nochmal getroffen. Das war unnötig. Kartenwert erhöhen. Einmal. Und zweimal. Und. Fertig. So. Hier ist du bald. Das war aber kein Reihen. Geht! Wie bist du so schlecht an dem? Geh' ihn, Dice. Okay, direkt. Ich hätte gerne einmal die krasse Bombe. Also die Dreierbombe. Verdammt. Schlechte Karten. Ähm, die Hand. Wir verpassen ihm eine. So. Komm her. Halt still. Halt still. Und Dicey. Einsammeln. Wieder volles Blatt. Wir werfen. Vielleicht kommen wir so damit davon. So, eine Karte. Eine neue. Und die Hand. Ja. Die werden wir wieder benutzen. Und zack. Okay, komm. Hier, so schwer ist es jetzt nicht mehr, wenn man sich dran gewöhnt hat. Einsammeln. Einsammeln. Volles Blatt. Und wirf. Können wir bitte den Bogen haben. Dankeschön. Das ist sehr nett. Den Kartenwert erhöhen wir um 1. Äh, Leben brauchen wir nicht. Das hier aber auch nicht. Ja, komm. Wir nehmen es trotzdem. Alles andere macht keinen Sinn. Oh, er haut wieder ab. Okay. Noch eine Runde. Hemden. Gebot. Unheil droht. Aber ich wünsche mir nur Evans. Rettung in der Not. Okay. Ja, ja. Mit Sicherheit. Okay, noch eine Runde mit Robotern. Oder was auch. Oh. Aber die nehmen doch auch Schaden durch ihn, oder? Greift er jetzt nicht an? Doch. Aber nur, wenn wir mal nah rankommen. Okay, wir dürfen nicht mehr nah rankommen. Weil es gibt uns trotzdem einiges an Kristallen, oder? Ah, doch. Ah, sehr schön. Vielen Dank für die Hilfe. Da habe ich jetzt aber nicht drauf geachtet. So. Eine Eckschnur hier rumrennen und er erledigt den Rest. Und bald haben wir wieder die Kristalle voll. Noch einmal ausweichen. So, ich falle es platt. Wir müssen nur noch ihn besiegen. Hopp, ich mal mitbauen bekommen. Jawohl. So, das dürfte doch reichen jetzt. Nein, nicht ganz. Schade. Einmal ausweichen. Komm. Wirf noch einmal mit deiner Hand um dich. So. Wir können es auch so machen, oder? Ja, komm. Jawohl. Nein, 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 ich will nicht zurückgehen. Ich kann nicht zurückgehen. Das ist nicht fair. Woll doch. Und du, mein Freund, verärgerst mich sehr. Nein. Und du, mein Freund, verärgerst mich sehr. Äh, okay. Der Dicey. Er schafft. Das sehe ich genauso. Wir haben das geschöpft, Dicey. Wuhu. Wenn es dir nichts ausmacht, hätte ich ein paar Fragen. Wie viel passt eigentlich in dich hinein? Ich verstehe. Ich schätze, Siedmars Augen sind auch nicht größer als die Bomben, die du da drin aufbewahrst? Wuhu. 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 Stell dir vor, ein Krieg, der schon so lange dauert. Wuhu. 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 Warst du schon immer so gut beim Würfeln? Wuhu. Wuhu. Kannst wegen mir kämpfen? Wuhu. 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 Einigen wir uns darauf, dass wir beide gut darin sind, die riesigen Brettspiele der Königin zu zerstören. Okay, Daisy, auf geht's. Evin hat gelernt, dass die Welt sogar strangerer war und mehr gefährlicher als in den Storien, die ihre Mutter ihr erzählt hat. Aber sie hat auch gelernt, dass sie es nicht komplett alleine haben musste. Bist du manchmal traurig, Daisy? Ich bin froh, dass du bei mir bist, Daisy. Wuhu. 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 Wuhu.